Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks, heute mit einer Open Office Calc-Ausgabe. Ich möchte euch zeigen, wie man stundenberechnet eine Pause abzieht und am Ende dann eine Anzahl von Stunden hat. Hier der Mitarbeiter beginnt um 6 Uhr und hört um 17 Uhr auf und hat eine Pause von 0,5 Stunden. Und dann sollte hier hinten die Nettoarbeitszeit berechnet werden. Und dann schlussendlich am Ende des Monats sollten hier die Stunden, die Gesamtstundenanzahl summiert dargestellt werden. Und das Ganze zeige ich euch hier in diesem Video. Hier unten seht ihr den Mitarbeiter Alfons, den habe ich hier auf einem Blatt dargestellt. Dann habe ich hier am zweiten Blatt die Beate. Hier könnt ihr einfach mit Doppelklick die Namen ändern. Und hier hinten haben wir die Renate, da steht noch nicht viel. Dieses Blatt möchte ich verwenden, um euch zu zeigen, wie ich hier vorne vorgegangen bin. Hier könnt ihr auch unten bei diesen einzelnen Blättern mit der rechten Maustaste eine Tabelle einfügen, eine neue. Könnt ihr neu taufen, zum Beispiel Hans und OK. Dann haben wir auch noch einen Handzieher. Hier könnt ihr mit der gedrückten linken Maustaste das Ganze auch noch verschieben. Und wir bleiben erst einmal bei der Renate. Also wir haben hier stehen das Datum. Beginnen wollen wir am 1. Juni 23. 0106 2023. Das Ganze ziehe ich jetzt hier mit der gedrückten linken Maustaste nach unten bis zum 30. Juni. Dann lasse ich das gleich markiert. Gehe auf die rechte Maustaste. Zellen formatieren. Und hier möchte ich einstellen den Wochentag. Den möchte ich hier haben, damit ich weiß, wann Wochenende ist und so weiter. Das ist natürlich Geschmackssache. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich lasse hier einmal den Wochentag dabei. Datum Donnerstag, 1. Juni 23. Falls das bei euch so dargestellt wird. Hier oben einfach zwischen A und B rein. Bis hier sich dieses Zeichen so verändert. Und dann doppelt links klicken. Und dann haben wir die optimale Spaltenbreite. Dann arbeiten wir von 7 bis 16 Uhr. Haben eine Pause von 0,5 Stunden. Und hier hinten soll dann die Netto-Stundenanzahl stehen. Zuerst müssen wir das Ganze mal hier vorne ändern. Das Format. Markieren mal hier das Ganze bis runter, wieder bis zum Monatsende. Wenn ich das markiert habe, gehe ich auf rechte Maustaste. Zellen formatieren und gehe auf Zeit. Und nehme hier oben das erste 13, Doppelpunkt 37. Das nehme ich jetzt als Format. Gehe auf OK. Und dann haben wir hier eben die Minuten stehen. 7 bis 16 Uhr. Haben wir gearbeitet am Donnerstag. Und 0,5 Stunden Pause. Jetzt müssen wir hier her gehen und wollen hier eine Formel reinschreiben. Dazu drücke ich einmal Shift ist gleich. Klammer auf. Tipp hier auf C2. Wir arbeiten mit den Zellen. Weil es kann ja sein, dass wir unterschiedliche Arbeitszeiten haben. C2 minus B2. Also die Zeit, wenn ich aufhöre zu arbeiten. Minus der Zeit, wann ich gekommen bin. Dann mache ich hier die Klammer zu. Gehe auf mal 24. Und Minus der Pause. Tipp hier wieder auf D2. Und tipp dann Enter. Jetzt ist das Ganze hier markiert. Und schon habe ich hier die 8,5 Stunden. 7 bis 16 Uhr sind 9 Stunden. Minus der Pause 0,5. Dann sind es 8,5. Falls ihr hier was anderes stehen habt. Rechte Maustaste. Zellen formatieren. Schaut euch das an. Hier habe ich Standard stehen. Um das Ganze jetzt auf das ganze Monat zu übertragen. Markiere ich hier jetzt einmal diese Felder. Also von B2 bis E2 in meinem Fall. Drücke die Steuerungstaste. Ganz wichtig. Und fahre dann hier nach unten weg. Und dann habe ich hier jeden Tag das gleiche stehen. Wenn ich hier jetzt einmal hergehe. Und auf 6 Uhr stelle. Am Freitag haben wir schon um 6 Uhr begonnen. Eine Überstunde. Dann ändert sich das hier hinten automatisch auf 9,5. Das gleiche mit der Pause. 0,75 Pause. Dann habe ich nur 9,25 Stunden gearbeitet. Dann kann ich hier hergehen und die Wochenenden löschen. Die haben wir frei. So, die Wochenenden habe ich jetzt rausgenommen. Jetzt möchte ich noch hergehen. Und die Gesamtstundenanzahl machen wir vielleicht noch ein paar Überstunden. 0,6. Ihr seht, hier hinten ändert sich das dann sofort. Dann haben wir vielleicht einmal erst um 7.30 Uhr begonnen. Warum auch immer. Dann haben wir nur 8 Stunden. Und so weiter und so fort. Hier hinten kann ich auch noch einstellen, damit ich hier auf zwei Stellen arbeite. Ich markiere das Ganze nochmal Zellen formatieren und gehe hier auf das dritte hier mit zwei Stellen. Gehe auf OK. Und dann habe ich hier ganz einfach die 8,5 Stunden, 9,5, 9,25 und so weiter. So, jetzt wähle ich noch die Gesamtstundenanzahl. Hier gebe ich ein Istgleich Summe. Klammer auf. Da markiere ich wieder mit der gedrückten linken Maustaste hier diese Zellen. Vom 1. bis zum letzten Juni. Die Netto-Stundenanzahl. Und tipp auf Enter. Schauen wir das an. Und habe dann 188 Stunden gearbeitet. Schauen wir das an, ob das auch funktioniert. Wenn ich da jetzt einen Tag rausnehme, zum Beispiel den Freitag noch frei gehabt habe. Gehe einmal auf OK. Lösche das Ganze. Und dann habe ich hier 179 Stunden und kann das hier wunderbar ändern. Hier könnte ich auch eingeben, von 7 bis 7 hat er gearbeitet und 0 Stunden, 0 Pause und sind dann logischerweise 0 Stunden, die er gearbeitet hat. Ich kann hier noch eine Bemerkung, eine Sparte eingeben, zum Beispiel Urlaub oder krank oder sonstiges. Wie auch immer. Und hier hinten habe ich dann die Gesamtstundenanzahl für den Juni. Ja, wenn ich euch weiterhelfen habe können, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba. Servus. Und auf Wiedersehen.